Es ist schön, dass ihr alle hier seid bei diesem ersten Event. Nächsten Monat, 30. April, Silke Santos hier zu erleben. Wir sehen uns, dass wir uns heute wiedersehen. Vielen Dank an das ganze Team hier von Henry. Und das ganze Team hier vom Lesley. Dankeschön. Vielen Dank. 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 Bye. Bye. Vielen Dank. Bye. 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 Bye.